Bouillotte, auch Breland, ist ein historisches, französisches Kartenglücksspiel, das in der Zeit der Französischen Revolution und später wieder in den 1830er Jahren sehr beliebt war. Bouillotte ist so wie Bragg und Poch als Vorläufer des Pokerspiels anzusehen. Regeln Bouillotte wird von drei bis fünf Personen mit einem Paket Piqué-Karten gespielt. Bei fünf Spielern werden die Siebener, bei vier Spielern auch die Buben und bei drei Spielern des Weiteren die Damen entfernt. Vor einem Spiel zahlt jeder Spieler eine Spielmarke als Ante in den Pott. Der erste Spieler nach der Vorhand kann ebenso wie die weiteren Spieler den Pott erhöhen. Diejenigen, welche nicht mitgehen wollen, müssen aussteigen. Jeder Spieler erhält drei Karten. Die folgende Karte, bei vier Spielern also die 13. wird Retourne genannt und offen aufgeschlagen. Danach muss jeder Spieler entweder setzen, mitgehen, erhöhen oder aussteigen. Erste die Wettrunde abgeschlossen. Werden die Karten aufgedeckt und die höchste Hand gewinnt den Pott. Die Rangfolge der Hände lautet Brehlen-Carré, vier gleiche mit der Retourne als einer der vier Karten. Brehlen-Simple, drei gleiche. Halten zwei Spieler drei gleiche Werte, so entscheidet der Rang. Das As zählt als höchste Karte. Brehlen-Favorie, drei gleiche mit der Retourne als einer der drei Karten. Hat kein Spieler ein Brehlen, so werden die Hände gemäß ihren Augen bewertet. Dabei zählt das As elf Punkte, die Figurenkarten jeweils zehn Punkte. Siehe auch, Brehlen im französischsprachigen Victionary.